Ich wollte Erfahrungen sammeln und auch die Arbeitswelt einfach kennenlernen. Und das ist einfach sehr wichtig, auch gerade für die Entscheidung, was man danach machen möchte. Zum Beispiel Studium oder ob man dann direkt einsteigt in die Arbeitswelt. Ich habe mich nach der Schule, also nach meinem Abitur, entschieden eine Ausbildung zu machen, hier bei Struss & Partner. Ich war ja selber Kunde bei Struss & Partner. In einem kleinen Unternehmen, von den Mitarbeitern, wo es das Umfeld einfach passt und wo man eben richtig gut im Team arbeiten kann und wo man eben seine Stärken eben irgendwie aus seinen Stärken, okay nochmal, ich muss das besser mit Stärken sagen. Für mich ist der Vorteil, dass ich eben die Stärken eben zeigen kann und eben auch ausbauen kann. Dadurch, dass man auch die Verantwortung übertragen bekommt und auch lernt, im Team zu arbeiten, ist es einfach ein sehr, sehr großer oder einer der vielen Vorteile einer Ausbildung. Kann ich noch was sagen? Nein.